3, 2, 1, let's go, come on, come on Shigi, du bist schuld Noch ein Toti, drei Totis hintereinander Oh mein Gott, ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti, Leute Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti Holy shit Holy shit Oh mein Gott Oh mein Gott Wie der seine Pässe spielen kann Wie der seine Pässe spielen kann Guck mal, das ist Modric Das ist Motherfucking Modric Das ist Motherfucking Modric Ist nicht irgendeiner, das ist Motherfucking Modric Das ist nicht irgendeiner, das ist Modric Ungestörter Ball, der kommt nicht an Guck mal wie der läuft und so Die haben so krasse Spieler Und die kriegen es nicht geschissen Leon, da brauchst du ballern Und da Digga, dieser scheiß Pfosten, ich hasse es so krass Ich hasse es Es ist, Freunde, es ist Du kannst, es ist manipuliert Ich bring ne Flanke, ja Auf dem zweiten Pfosten Genau, es wird angezeigt Eusebio kriegt den Ball Das ist genau die Kette Da denkt sich doch Achtung, Gegner Richard Rylic steht übrigens da hinten Da denkt sich doch der Ribéry Den klaue ich doch Okay Er will unbedingt das Tor machen Von mir aus Und dann Köpft er den Einfach An die Latte Und da frag ich mich doch Wo Hat eigentlich dieser Rylic Gerade kein Tor geschossen Was hat der gerade verteidigt Da hört es mir auf The All Love Junge, 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 Junge Hast du eine Leitung, hast du 100k Wow, es ist Messi, Totti und Bernier Was ist das für ein Pullman Willst du mich verarschen Ich freu mich grad schon Was, Alter, komm schon Was No fucking way Wer nimmst du Komm, ich bin gespannt Lass dich nicht beeinflussen Nimm die Karte Auf die du mehr Bock hast Ich bin gespannt Okay, er entscheidet sich für Messi GG zu Totti Messi, Mann Kuss geht raus GG Ey, wo wirft ihr hin Ich Ey, stopp Ich schuhe auf meine Mutter Schaut, schaut, schaut Ich kann kein L1 Ich schuhe auf meine Mutter Ich kann nicht Spieler wechseln Was ist das, Mann Was ist dieses Spiel, Mann Was soll dieses Spiel, Mann Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr Mach hoch, Rabona 1-2 Ja, ich schwöre, oder? Ja, moin Das wird so typisch FIFA, ne Das ist wieder so typisch FIFA Totti Totti Gun, Gun, Gun Dick, Gun, Dick, Gun, Dick, Gun Niederlande Gun, Gun, Gun Von Dijk. Ich meine immerhin Totti. Scheiße. Gönn noch was dahinter, bitte. Und was? Umleck mich am Arsch. Was ist mit ihm los? Was ist denn das? Gut. Und geh wieder. Und geh. Und jawohl. Und nochmal passen. Stark. Und nochmal schieß. Ja. Weltklasse. Viertes Tor von Dijk. Also das ist krank. Wieso schießt du den Dijk? Ja, weil ich so immer zu dir spiele. Wir spielen wirklich gut. Oh, Oblak. Jungs, wer hat meine Insta-Story gesehen? Ich habe geschrieben, Weekend League bis nichts Kriminelles passiert. Wir machen mal so. Wir machen mal so. Ich mache jetzt mal Bildschirm aus. Und dann haben wir, glaube ich, schon ein Spieler. Ich gucke jetzt mal. Kurz einen Moment. Dann haben wir schon mal ein Spieler. Und danach gehen wir mit L2. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der erste Spieler. Das ist ein R3-Pick. Oh shit, Mann. Oh shit, Mann. Ey, was ist hier los? Mach, jetzt geht ab. Oh mein Gott. Klipp. 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 Oh mein Gott. Nee. Das gibt es nicht. Das kannst du klippen, Läger. Das ist so lächerlich. Oh. Das ist jetzt nicht passiert. Jesus. Der von Heidenheim. Yes, this is Navas. Ich flipp aus. Die haben schon wieder 90er. Dann könnte ja noch was dahin besser. Dann machen wir mal klar. Alter. Alter. Oh mein Gott. Warum tut er denn da? angezeigt? Warum tut er denn da? Angezeigt? Ach du Scheiße. Warum tut er denn da? Angezeigt? Ey, ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Ich schwöre, Mann. Ey, ich krieg den Spieler nicht angewählt. Alter, das ist so. Boah. Oh mein Gott. Ich schwöre, Mann. Ich schwöre, Mann. Ich schwöre, Mann. Ich schwöre, Mann. Damit ich's morgen wieder runterladen kann. Aber kennst du das mit Beidemaschinen ey? Mach raus, Geppäck mit gern. Halt deine Fresse, Halt deine Fresse, Halt deine Fresse, nein, nein. Oh mein Gott. Ja, Fabi, hab ich verstanden, was da passiert, was da passiert, Kiffi, alles gut bei dir? Was? Oh, es ist gut. Ich gewinne das Spiel noch. Ich werde dieses Spiel noch gewinnen und wenn es das letzte ist, was ich mache, hab ich noch irgendwo einen anderen Controller mehr. Digga, warum ist mein Torwart so schlecht, Mann, dann da? Digga, warum bist du so scheiße, du scheiß Knecht? Boah, meine Nachbarn klopfen gegen meine Wand. Aber er ist scheiße, wenn die sehen würden, was hier gerade wieder passiert ist, dann würden die mich verstehen. Und er drückt doch nicht auf X, dieser Knecht, du hast einen richtig kleinen Puller, Mann, du Knechtgesicht. Du kannst nichts dagegen machen, hörst du mich? Du lachst gerade. Ja, du guckst den Stream, du kleiner Knecht. Du lachst gerade, du hast einen richtig kleinen Puller, du stinkst aus dem Maul, kein Mädchen mag dich, du scheiß Knecht. Du wirst nie in dein Leben irgendwo eine... Ja, ich hoffe deine... Oh, ich hoffe dein Controller geht kaputt. Hä? Das muss doch gleich abkacken. Er spielt doch nicht mehr. Warum kackt das nicht ab? Das hätte aber schon längst abgedingstert werden müssen. Sieht man das? Mein, ich schwör's euch... Du bist ein Knecht, du bist ein scheiß Knecht. Ich hoffe deine Mutter ist gegen das WLAN LAN-Kabel gegangen, weil du so rumgeschrien hast, weil du deinen scheiß 3.0 gemacht hast. Wurdest du von deiner Mutter erstmal auseinander genommen. Ich hoffe der wird gerade richtig auseinander genommen. Felix, du kannst doch hier nicht um 0 Uhr 24 rumschreien. Geht's noch, die Nachbarn? Mama, ich spiel gerade gegen den Streamer EliasN97. Ich muss ihn ein Depp reindrücken, weil ich ein Knecht bin und einen kleinen Puller hab. Ja ne Felix, das geht jetzt hier gar nicht. Wir machen jetzt hier die Playstation aus. Morgen kriegst du gar nichts mehr zu essen, du scheiß Knecht. Och Mama, bitte, bitte. Ich hab ihn sogar schreien gedrückt. Scheiß Pissgesicht.